Ha! Hello, meine lieben Fumofreunde und herzlich willkommen zum nächsten GPL-Spieltag auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Falls ihr euch das Team in dem Video nicht angeschaut habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich habe heute Crazy Sets dabei. Ich habe bis letzte Woche schon angekündigt, dass ich diese Woche mit Crazy Sets um die Ecke kommen will, in der Crazy Strategy. Allgemein einfach Crazy Stuff. Aber ich habe schon trotzdem noch einen Hintergedanken dabei, so. Ich sage, vom Matchup her ist es auf jeden Fall ganz nice, aber natürlich kann ja immer am Ende des Tages noch alles passieren. Und Ele hat jetzt hier komplett die insane Strategy gefahren. und überrollt es komplett. Es kann alles passieren. Ich will euch einfach einen coolen Kampf liefern. Sowieso gute Laune mitbringen. Mich von nichts runterbringen lassen. Und ich habe heute, wie gesagt, wirklich coole Sets dabei. Es ist, wie es ist. Deswegen, ich hoffe, ihr habt das Team in dem Video gesehen. Ich werde diesmal hoffentlich es schaffen, das Team in dem Video auch online zu bringen. Letzte Woche war ja auch Krise wieder. Aber diese Woche sollte hoffentlich alles passen. Und dass ich das dann noch fertig geschnitten bekomme. Oh, also rechtzeitig. Weil nach dem Kampf ist ja, ist ja, ist ja auch witzlos. Ehrlich gesagt. Und ja, wir spielen heute auf jeden Fall, für die dieses Team sich nicht anschauen, wir spielen heute, ja, eine Crazy Strategy mit Lantuan. Lantuan ist heute so ein bisschen unser Matchplanet zusammen mit Choicebacks, Parfinesse, D-Dance, Hexerys. So ein bisschen Zügel-Lift. Schauen wir uns erstmal sein Team an. Das interessiert mich erstmal meistens. Er hat dabei Grandirast, das war klar. Er hat dabei Torikis, das war klar. Er hat dabei Schlapfel, das war klar. Er hat dabei Vicarvolt, das war klar. Er hat Kaife mit und Amphira war auch auf jeden Fall, klar. So. Das sind Mons, die ich so, mit denen ich gerechnet habe. Und ich sage es, wie es ist. Was ist sein Moonblast-Switch-In von Choicebacks, Parfinesse? Klar, er hat Selesse, wovor ich mir so ein bisschen Gedanken machen muss, natürlich. Er hat Vero nicht mit und Servo nicht. Er hat Kingler nicht mit, von dem hatte ich insane Angst. Ich dachte, Kingler gehört mich komplett weg, deswegen wollte ich auch mehr so ein Offensiv-Team. Und Mauer hatte nicht mit, was pronunciellene Switch-In-In-Dings sein könnte. In Symbolare. Okay, womit möchte ich leaden? Ich habe Optionen. Selesse macht mir immer noch so ein bisschen Angst. So ein Choiceback Selesse oder so könnte schon spooky sein. Ähm. Da mache ich mir schon ein wenig Gedanken. Aber ich glaube, wir können in der ersten Runde mit Hexerys. Das wahrscheinlich sogar leaden. Entweder Hexerys oder Symbolare. Aber ich glaube, ich möchte tatsächlich mit... Nee, ich glaube, ich leade sogar mit Symbolare. Ich glaube, Symbolare ist hier sogar ganz nice. Symbolare trifft alles ganz gut, sollte auch das meiste wegstecken. Wie gesagt, nur Choicebacks Selesse ist ein wenig spooky. Aber wir leaden mit Symbolare und hoffen, dass der hier alles... Warum reißt du? Ich mache mir die Sounds noch ein bisschen lauter. Ich glaube, die Sounds machen wir ein bisschen leise. Wie gesagt, ähm... Habe ich gerade Choicebacks im Wort? Ich meine natürlich Symbolare. Symbolare ist allgemein spooky. Wenn der weg ist, Schmack. Richtig, richtig Schmack. So, Elite mit Lievenstein. Das ist tatsächlich sein Schlapfel. Und ich sage, es ist... Das ist fein. Ähm. Ähm, Appletan. G-Max. In der G-Max-Form. Sollte uns eigentlich nicht killen. Killt uns nicht. Und wir machen mit Icebeam 32 bis 38 Prozent. Klar, er hat Speckschicht und so weiter. Ist natürlich alles so ein Ding. Aber ich kann halt rusten gegen den so, ne? Also, der macht mir jetzt nicht so insane viel Schaden, dass ich sagen würde, yo. Von dem habe ich insane viel Angst. Im Fall der Fälle haben wir auch sowieso immer, ähm... Haben wir auch sowieso immer Symbolara. Äh, Symbolar. Aromatis. In dem wir dann im Nachhinein rausgehen könnten. Sowieso muss ich den für so... Muss ich den so für ein, zwei Mal uns anschitten. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal vor Eisstrahl. Und schauen wir mal an, für was er hier so geht. Machen wir mal hier mal einen ruhigen. Eisstrahl war auch der beste Move. Auch wenn er Speckschicht hat. Speckschicht. Kritisch. Aber wir können ja auf jeden Fall für Eisstrahl gehen. Das ist eigentlich relativ safe. Und wir erfahren dann durch Sachen über sein Set. Wie gesagt, er sollte uns nicht killen können. Auch wenn er komplett offensiv ist. Lasst mich das ganz kurz nachkalken. Mord ist 252. Kann er uns auch nicht killen. Selbst mit Max Damage nicht. Mit Max Wormwind. Wormwind. Killt er uns nicht mit 252. Also mit Dragon Pulse halt, ne. Ich glaube, das ist schon sein bester Move. Deswegen... Mal schauen. Er... Gigamax hier direkt First Turn. Ist okay. Ist fine. Kann ich nicht freezen mit Eisbeam, ja, ne? Ich soll den freezen können. Let's go. Wir freezen ihn einfach. Bin auf jeden Fall für Eisbeam. Und das verrät mir, dass er tatsächlich... Offensiv ist, kann es sein. Oh, ne. Ist war ein Crit. Ja, meint. Okay, den nehme ich tatsächlich. Dünaböhm kommt. Wie gesagt. Und der macht... Okay, wait. Ach, ist er auch ein Crit? Als fucking Ob. Actually echt kacke. Weil... Symbolara ist insane gegen sein Team. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Scheiße. Ja, ich denke mal, wir gehen jetzt hier raus in Aromatis. Äh... Ach, ach, ach. Wir haben auf Aromatis 36 Speed. Solange er keinen Speed-Investment spielt. Ist das euer Ernst? Ich meine, der Crit auf ihn meddelt, glaube ich, actually gar nicht so sehr, weil... Ja, ne. Er muss sich, glaube ich, nicht erklären. Wir gehen wahrscheinlich raus in Aromatis. Ich denke nicht, dass er offensiv ist. Und selbst wenn doch, killt er uns halt in keiner Dimension. Wir können eigentlich relativ safe für Moonblast gehen. Ich möchte aber nochmal ganz kurz kalken, wie viel wir ihm mit Psychokinese machen würden. Ich glaube, ich würde ihn nicht killen. Deswegen muss ich halt für Moonblast gehen. Aber er kann natürlich raus in Zillerset. Also, das ist halt eine Option. Aber Moonblast sollte ihn auf jeden Fall safe rausnehmen. Deswegen gehen wir ja auf den Moonblast. Wir sollten schneller sein, wie gesagt. Ich habe 36 Speed. Ja, wir sind schneller. Moonblast kommt. Moonblast killt ihn. Damit habe ich immerhin schon mal sein Giga-Pokémon weg. Und das ist, was ich meine. Der Crit hat nicht gemattert. Der Crit auf ihn hat halt nicht gemattert. Und... Und... Jetzt kann er draußen am Vierer gehen und Druck aufbauen. Das ist halt so ein Ding. Sowohl mit einem Protect-Set, als auch mit... alle Manne. So, Slezel ist jetzt extrem spooky. Und ich muss jetzt gleich überlegen, wie ich dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken will. Außer er geht nicht raus in Slezel. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, er muss eigentlich am Schaden jetzt direkt gemerkt haben. Okay, der ist back. Wenn er Nasty Plot Slezel spielt, wäre es auch verdammt gruselig. Also verdammt, verdammt gruselig. Ich glaube, ich wüsste, wie ich es handeln könnte. Doch, ich weiß, glaube ich, wie ich es handeln kann. Aber ist schon spooky. Okay, naja, er geht tatsächlich raus in Vika Volt. Wait. Vika Volt? Hä? Hä? Also, ich kill ihn halt nicht, ne? Wenn er 252 HP hat. Kill ihn nicht. Ja, ich will ihn mich aber eigentlich auch nicht anschippen lassen. Ich könnte wahrscheinlich raus in Stahlobor gehen und meine Rocks legen. Er könnte... Wird er Sticky Web legen? Will er? Ja, okay, dann gehen wir halt trotzdem raus in Stahlobor. Hä? Stahlobor ist eigentlich safe. Was will ich gegen Stahlobor tun? Stahlobor sehe ich hier auf jeden Fall zu 100%. Wenn er jetzt für Sticky Web geht, kann ich ja für Rapid Spin gehen. Er gibt ja gar keinen Sinn. Er geht für Klebenetz. Ist okay. Er hat keinen Geistmon. Nö, hat er nicht. Das heißt, ich kann hier für Turbot Reha gehen. Gibt gar keinen Grund, warum ich es nicht tun sollte. Ich bin danach auch schneller als jedes Mann in seinem Team. Okay, er hat auf jeden Fall Sticky Web. Sticky Web darf er nicht rausholen. Äh, die darf er nicht rausholen. Safe nicht. So, er bleibt drin. Wir gehen für Turbot Reha. Bisschen Schaden. Und die Sticky Web sind wieder weg. Er kann nicht weiter für Klebenetz gehen. Energy Ball ist okay. Er macht es. Absolut in Ordnung. Er trägt die Leftovers. Ist okay. Ich schau mal, wenn er mal sein Team hat. Er hat Togelkiss. Das ist sein potenzieller, ähm, wir gehen auf jeden Fall für Tarnscheine. Das ist sein potenzieller Defogger. Aber ich weiß nicht, ob er das unbedingt machen will, wenn er seine Webs rausholen will. Ihr wisst schon, wie ich meine. Aber die, wenn wir die Rocks rausbekommen, wäre das so lecker. Das wäre richtig, richtig lecker. Vor allem gegen sein jetziges Team noch. Und ich sag's, wie es ist, wenn ich mir jetzt so sein Team anschaue. So, sobald wir die Rocks draußen bekommen haben. Und alles auf Lanthorn rübergepasst haben. Und Lanthorn auf plus zwei Speed ist. Hat Lanthorn gewonnen. Er hat Lanthorn safe gewonnen. Deswegen, wir machen hier einen ruhigen. Wir machen hier einen ruhigen. Ganz entspannt. Energy Ball. Ist kein Two-Hit. Ich glaube, selbst wenn er jetzt bei Schlecht Death Drop bekommen hätte, wäre es kein Two-Hit gewesen. Deswegen einmal hier Rapid Spin gönnen. Und jetzt gönnen wir uns hier die Tarnsteine. Und wir sind jetzt auch das schnellste Mon auf dem Feld. Es gibt keinen Mon. Also er hat keinen Mon in seinem Team, was jetzt schneller sein könnte, als ich. Außer er hat jetzt irgendeinen super weirden Scarfer. Aber ich habe so viel Speed, kann ich mir nicht vorstellen. So, ich gehe für die Rocks. Ganz entspannt. Und er geht für das Klebenetz. Wir gehen weiter für Rapid Spin. Da mache ich gar kein Auge. Da mache ich absolut gar kein Auge. Er hat leider nur IQ als Angriffs-Hit-Move und halt Gift-Hit. Wir gehen nochmal für Rapid Spin. Wie gesagt, die C-Grab dürfen nicht draußen bleiben. Aber das ist okay. Wir gehen hier für Rapid Spin. Wenn ich jetzt so ein SD-Set hätte, ne? Ich würde halt einfach gewinnen. Einfach Real-Sorge. Ich würde einfach gewinnen. So. Ja, und jetzt gehe ich halt für Erdbeben. Wenn er mich rausnimmt, ist das okay. Ich habe meine Rocks rausbekommen. Wir sollten hier für Erdbeben gehen können, ne? Ich habe auf jeden Fall Überbrückung. Naja, safe. Wir gehen hier für Erdbeben. Neutral effektiv und so weiter und so fort. Selbst wenn er jetzt für die Waps nochmal geht, kann ich danach nochmal Rapid Spin drücken. Und wenn er mich dann Revenge killt, wenn er mich dann rausnimmt, so, dann ist ja absolut okay. Dann sind die Waps aber nicht draußen. Das ist halt so das Ding. Ich kann auf jeden Fall safe für EQ gehen. Und die Rocks sind draußen. So, Erdbeben kommt. Erdbeben sollte ihn nicht killen, macht aber guten Schaden. Und er geht für Energy Ball. Er nimmt uns raus. Ist okay. Ist absolut okay. Absolut fein. So. Jetzt muss ich schauen, mit was ich ihn killen will. Wahrscheinlich mit Maxax. Kann ich mit Maxax D-Dance drücken? Nicht so lange, glaube ich, noch Kaifel und so hat. Ich glaube, actually, das Kaifel. Wobei, wie viel macht Kaifel mit Ice-Shard? Und wie viel macht er auf mein Hexerys? Hexerys macht er zu viel Schaden. Holy shit. Viel zu viel. Wobei, so. Ich glaube, der war ein defensives Set, ne? Aber ich will jetzt auch nicht random D-Dance drücken. Ne, wir gehen raus in Maxax und drücken. Einfach Dragonclaw und killen ihn. Machen wir ihn ganz entspannten. Wir nehmen ihn einfach raus. Ich muss ja gar nichts riskieren. Wobei, die Frage ist, kann ich ihn halt safe killen, wenn er defensiv ist? Wobei, aber... Ich glaube, er ist gar nicht so defensiv. Aber... Ne, er ist gar nicht defensiv. Aber wieso macht er mir dann... Macht er mir dann so wenig Schaden gemacht? Wir können auf jeden Fall für Drachenklau gehen. Ich meine, er kann raus in Togekiss gehen. Wäre okay. Wäre für den ersten Moment erstmal in Ordnung. Kaifel kommt rein. Okay. Kaifel kommt rein. Der bekommt Tarnsteinschaden. Kriegt hier jetzt einen Dragonclaw noch reingeböllert. Aber wenn ich jetzt hier für D-Dance gegangen wäre... Heieieiei. Wie viel macht mir Pillow Swine mit einem Move? Ähm... So, Pillow Swine gegen Hexerys. Ice-A-K-Crash kann killen. Close Combat killt ihn nicht. Das heißt... Wenn ich hier was... Wagen... Ne, lohnt sich nicht, hier irgendwas zu riskieren. Es ist halt so doof, dass ich meinen Seagliff halt so unnötig verloren habe. Aber eigentlich kann ich hier gar nicht so extrem viel machen. Ich meine, ich könnte einen Aromatis rausgehen. Aber er ist dann halt schneller als ich. Das heißt, er würde dann zwei Moves rausbekommen. Wie schnell ist mein Aromatis... Also wie viel wir darüber zu fressen von Ice-A-K-Crash... Von IQ... Schon allein 50%. Das heißt... Mein Play ist es hier wahrscheinlich für Nahkampf einfach straight zu gehen. Straight up einfach Nahkampf rein. Vielleicht ist er irgendwie offensiv ausgelegt oder so. Wovon ich nicht ausgehe. Wir sehen's. Ich gehe nicht davon aus. Aber wir hauen ihm jetzt hier einfach Damage rein. Aber wir können wahrscheinlich sogar Kaifel als Setup oder benutzen. Oh, er geht sogar für Tarnsteine. Okay. Das ist, denke ich, für den Moment erstmal in Ordnung. Da wäre ich doch lieber nochmal für Dragon Claw gegangen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Ich weiß nicht, ob Dragon Claw jetzt killt. Killt Dragon Claw jetzt gegen Pillow Swine? Exurus. Dragon Claw 28 bis 34 Jahre killt auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir können für Dragon Claw gehen. Aber er geht für Ice-Bitter. Ja, ist doch klar. Sollte uns aber halt nicht rausnehmen. Die Nance wäre ja keine Option gewesen. Er hat die Rocks rausbekommen. Das ist nervig, weil wir verlieren unseren Fokusquad dadurch. Und die kriege ich jetzt auch nicht mehr. Ah ja. Ah ja. Kann ich das irgendwie ausnutzen, dass er nicht gestorben ist? Nein, ich glaube, das ist actually einfach gerade horrible. Kann das sein? Ich glaube, es ist einfach gerade straight up horrible. Dass das passiert ist. Aber ist okay. Okay, ist okay. Denke ich. Ach du Scheiße. Okay, Moment. Er killt Lightheart nicht. Selbst wenn er Full Attack wäre. Und er ist nicht Full Attack. Dann solltet IQ und Ice-Shard in Kombination nicht killen, oder? Exurus. Nee, nee, nee. Okay, er ist komplett defensiv. Das heißt, wir können hier eigentlich raus in Lightheart gehen. Wir sollten hier raus in Lightheart gehen können. Und wie viel kriegt Landtouren? Landtouren bekommen von die Q, wenn er komplett offensiv wäre. Aber ist nicht komplett offensiv. Ist er halt einfach nicht. Das heißt, wir versuchen es jetzt. Wir gehen raus in Lightheart und versuchen unsere Strategy. Was anderes bleibt mir jetzt hier tatsächlich, so dumm es klingt, nicht übrig. Oder soll ich ihn erstmal rausnehmen? Mit Dark Pulse. Ach, Mann. Jetzt hätten wir... Ja, mhm. Nee, ich kill ihn erstmal. Das ist nicht der Play. Ich kill ihn erstmal. Inwieweit Eisbitter ist okay. Ich nehme ihn jetzt erstmal raus. Wir nehmen jetzt hier nochmal ein bisschen Schaden. Wir nehmen jetzt erstmal Kaifel raus. Okay. So. Wenn Amphira jetzt reinkommen würde, wäre das schlimm. Killed einen. Die Frage ist wahrscheinlich, welches Set er fährt. Ob er Spax ist oder so. Oder Nasty Plot. Selazel. Den hier. 50. Das ist aber auch... Also, in welcher Welt ist das, was gerade passiert, das passiert. Holy shit. Halt Real Talk. So, nee. Lightheart kriegt viel zu viel Schaden gegen Selazel. Egal, ob er Spax ist oder nicht. Allein nicht Spax, nur Timid macht Flamethrower schon 69 bis 82. Ich glaube, er muss sogar Timid spielen wegen Lightheart. Ich glaube, er kann gar nicht Modus spielen. Ich glaube nicht, dass das eine Option ist. Äh, nöp. Nöp. Er muss eigentlich auch Timid spielen. Also, dann wird er 76 bis... Okay, geht raus in Selazel. Okay, 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 okay. So, wie gesagt. Die Frage ist halt, ob er gespax ist oder nicht. Ich glaube, ich drücke hier Stafette. Und wechsel dann trotzdem... Oder gehe ich für T-Wave? Ich glaube, T-Wave ist sogar eher der Play. Geht für Donnerwelle. Ich glaube, T-Wave ist hier der Play. Den langsamer zu bekommen. Okay, geht für Protect. Okay. Es ist... Oh, hätte ich jetzt Nasty Plot gedrückt. Warum gehst du denn für Protect? What? Ja, ich meine, er weiß meine Strategy nicht. Aber, okay, ist das Set. Er ist gar nicht so ein offensives Set. Ich hätte einfach Nasty Plot drücken können. Und ich glaube, wir hätten ab dem Zeitpunkt gewonnen. Okay. Das heißt aber, er wird wahrscheinlich kein Gift-Move haben. Ich gehe für Renke-Schmied. Ich gehe für Renke-Schmied. Ich gehe für Nasty Plot. Selbst wenn er sub, ist es okay. Toxin. Okay. Absolut fein. So, wenn er jetzt Protecten würde, dann wäre das sick. Und ich glaube, dass er jetzt Protected. Ich glaube, dass er jetzt Protecten wird. Wuhu. Ich denke, dass er jetzt Protecten würde und wir gehen jetzt mit Staffette. Bitte Protecte. Bitte Protecte. Bitte Protecte. Bitte Protecte. Das wäre jetzt der Play. Wenn er jetzt Protected ist, ist alles gut. Dann ist alles geil. Yes. Let's go, Lantour. Let's go. Es ist deine Time to shine. Okay. Es ist deine Time. Wir gehen für Staffette. Und wir gehen rüber an Lantour. Wir gehen rüber an Lantour. So. Lantour kriegt Rockschaden und der wird ihn wahrscheinlich leichter noch toxiken. Das ist okay. Also, ich denke, dass er ihn toxiken wird, oder? Sollte ich ihn killen? Wahrscheinlich nicht. Ich muss hier, glaube ich, für Agility gehen. Selbst wenn er hier, selbst wenn er mich hier toxik ist, egal. Wir müssen hier für Agilität gehen. Wir müssen hier für Agilität gehen. Wir gehen für Agilität. So. So, 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 so. Lantour ist drin. Wir setzen jetzt hier Agility ein. Sind auf plus zwei Speed, plus zwei Special Attack. Und eigentlich sollte ich dann alles in seinem Team one-shotten. Außer maybe Grandirast. Aber schauen wir, schauen wir, schauen wir, schauen wir. Es kommt halt auf sein Grandirast-Set an. Ich glaube nicht, dass er ein defensives Set spielt. Sonst hätte er das wahrscheinlich schon früher reingeholt. Aber auch so machen wir dem halt mit Expert-Belt. Viel zu viel Schaden. Viel zu viel, zu viel Schaden. Ja, Icebeam macht 100 bis 118 Prozent, wenn er komplett für Self ist. Er wechselt sogar raus. Bro, könnte es besser sein? Ich glaube tatsächlich nicht. Er will den hier sacken. Und wir gehen jetzt für Agilität. Und wir sind jetzt auf plus zwei Speed und plus zwei Special Attack. Lantour, es ist dein Moment. Es ist dein Moment. Es ist jetzt dein Moment. Du bist schneller als alles. Du bist stärker als alles. Du solltest eigentlich alles in seinem Team jetzt one-shotten können. Wir gehen hier für Surfer. Es gibt nichts in seinem Team, gegen das ich nicht Surfer drücken will. So, wir gehen für Surfer. Vika volt ist tot. Wir sind auf plus zwei Special Attack. Und auf plus zwei Speed. Ich bin gespannt. Es kann natürlich immer noch alles passieren. Aber allein, dass ich es bis zu diesem Punkt mit Lantour und Leibfahrt geschafft habe, ist das, was mich gerade so glücklich macht. Dass es so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das Mon, von dem ich am meisten Angst habe, dass das tatsächlich der Setup forder für die Strategie wird. Aber es ist nice. Es ist nice. So, wir haben keine Moves, die müssen können. Auch ganz, ganz wichtig. Er könnte noch die Anti-Eisbeer haben, aber EQ sollte Lantourn halt auch nicht killen. Das ist halt die Sache. EQ killt uns nicht. Außer er ist komplett offensiv. Aber dann sollte Ice Beam... Killt dann Ice Beam? Ja, okay, dann killt Ice Beam wahrscheinlich. Ja, dann killt EQ aber auch nicht. So, selbst wenn er Adam mit 252 Attack ist, macht er 87,4% und nach Rocks hat er es kein garantierter Wanted. So, Togekiss kommt rein. Togekiss kommt rein, bekommt Tarnsteinschaden. Wir sind auf plus zwei Special Attack und wir können hier für T-Bold gehen. Wir können hier für Donnerblitz gehen, ganz entspannt. Wir sind schneller. Wir sind auf plus zwei Special Attack. Und Togekiss ist tot. Funktioniert es wirklich? Funktioniert es wirklich? Leute, es ist der erste Win, sogar direkt mit der Sing-Strategie, die komplett funktioniert hat mit fucking Lantourn, Alter. Ist Lantourn hier der MVP mit vier Kills? Ist Lantourn hier der, der das Ding nach Hause holt? Da kommt Grandirass rein. Grandirass potenzieller Sash ist angebrochen. Wir gehen für Eisstrahl. Wir gehen für Eisstrahl. Wir sind schneller. Wir sind stärker. Ich weiß gar nicht, warum ich immer sage, dass wir stärker sind. Aber ist halt eben so. Wir sind stärker. Ich glaube, er hat auch sogar nicht mal einen Gift-Move auf Selesel. Kann es sein? Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall hier für Eisbeam. Wir sind schneller. Ist nicht gescarft. Und dort speedet uns auf irgendeine Art und Weise. Eisbeam kommt. Und Eisbeam killt. Und ich glaube, damit gewinnt Lantourn das Match hier. 13-0, Leute. Let's fucking go. Ich will den Tag immer noch nicht von dem Abendlob. Okay. Er hat immer noch einen Mon da steht. Ich kenne doch immer noch Choice Garf. Das kann nicht Choice Garf sein. Wir sollten es gewonnen haben. Lantourn holt das Ding hier nach Hause. Wir haben Black Slut schon gesehen. Ich darf ihn nicht vertippen. Wir gehen für Surfer. Und Lantourn holt das Ding 3-0 nach Hause. Leute, jetzt geht es los. Okay. Jetzt geht es los. Bam. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich. Leute. Ich hoffe. Es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine positive Wertung da. GG nochmal an Ele. Fert ist GG. Ja. Wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Was soll ich sagen? Leute. Er hat einfach. Die Sache ist die. Ich meine, ich kann es ihm nicht verübeln. Er hat sich wahrscheinlich gedacht. Okay. Auf wen pest er den Shit? Wenn niemand rechnet halt mit Agilität, Lantourn. Haha. Okay, Leute. Ansonsten. Ja. Sehen wir uns gleich wahrscheinlich noch beim Recap. Wenn ich das Ganze ein bisschen sacken habe lassen. Und dann. Ja. Bis gleich. Und damit holen wir uns unseren ersten Win in der GPL. Es hat lange genug gedauert. Okay. Und ehrlich gesagt. Ich mag diese Endansprachen sehr gerne. Aber sie lassen sich irgendwie sehr viel einfacher erzählen. Wenn ich verloren habe. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Aber dann ist es einfacher zu sagen. Yo, Leute. Ich schaue jetzt einfach weiter nach vorne. Etc. pp. Aber jetzt bin ich einfach nur absolut glücklich. Ich finde es gut, dass die interessante Strategie aufgegangen ist. Und auch, dass die anderen Mons alle relativ viel gemacht haben. Auch das Specs. Aromatis war super wichtig. Weil so konnten wir Schlaffel früh rausnehmen. Und Schlaffel war das einzige Pokémon in Elis Team, was gefährlich war für Lantouren. Und das heißt, mehr oder weniger haben auch diese Sets alle gut funktioniert. Ich habe mit Max Axe ein bisschen reingeschockt. Ich habe mit Max Axe ein bisschen reingeschockt. Vor allem gegen Keifel. Holy Shit kam ich mir da dumm vor. Tut mir leid, Leute. Aber schlussendlich ist es gekommen, wie es gekommen ist. Wir stehen da mit 1-5. Aber ich sage jetzt geht es weiter nach oben, okay? Vielleicht nicht unbedingt. Aber ich werde mir auf jeden Fall weiter Mühe geben. Und mal schauen, wie es nächste Woche gegen Nesflo aussieht. Nächste Woche spielen wir gegen Nesflo, der aktuell seinen Höhenflug hat. Und mal schauen, ob wir den vielleicht brechen können. Ich weiß nicht, wie er diese Woche gespielt hat. Das werde ich noch ausfinden. Aber wenn er wieder gewonnen hat, vielleicht sind wir dann die Mauer zu seinem Sieg. Ich hoffe es eigentlich nicht. Ich gönne es bloß sehr. Aber ja, wir wollen natürlich auch gewinnen. Alright, Leute. Wie gesagt, ansonsten, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.